Hallo meine Schüler und Schülerinnen. Heute beginnt eine neue Folge unserer Sendung. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg dabei zu haben. Heute beginnt eine Folge von Frau Nagle und ich habe die Arbeit. Heute beginnt eine Folge von Frau Selva. Wir sind in die Mitte der Mitte der Mitte der Jahre. Und natürlich in den Mitte der Mitte der Mitte der Mitte der Mitte. Wie geht es um die Mitte der Mitte? Was er in der Mitte der Mitte der Mitte? Wieso konnten wir das, was wir actuar mit den Ämternen abОt in den nächsten Jahren. Wie wir es an anfangenen zu machen? Sie schauen einem diese Welten zu werfen, das Erfassung oder das All-Taxxituation. Oder die Grammatik. Wir beginnen zu machen. Sie ist eine eine formulierte E-mail. Und natürlich gibt es eine Art von Kilo, wenn man die erste, die erste, die Frage an. Warum? Da gibt es einen, der einen, der einen, der einen, der einen, der andere, der einen. Also, wenn ich jetzt meine ich meine, dann bin ich eine von der ersten, die andere, dann kann ich eine andere, was ich mir sagen, wie eine andere, was ich mir jetzt? Okay? Okay. Wenn ich weiß, dass ich bei der Sprache gewählte, ich würde auf die Sprache auf die Sprache einstellen, und das Spiel auf die Sprache zu machen. Aber wenn ich auf die Sprache gewählte Sprache gewählte, und ich habe das Gefühl, dann kann ich mich für die Sprache tun. Weil ich so viel zu sagen, dass wir das erste Mal sehen, dass wir die Frage auf den Namen im Namen machen. Die Frage werden wie die Sprache gewählten. 6 Sprache. F-tickr. Verwalt ist die erste Frage. Das ist die Verwalt. Globalis-Festain. Fahm-A-Gram für den Nissen. Wie diese ersten Frage. Er sagt, ich schreibe es auf Eber. Ich schreibe es auf E-mail und habe diese Ausdruck. Die Ausdruck von E-mail an? Ich kann das nicht so sagen, dass man das erste Mal nach dem ersten Mal nachzudenken kann. Man muss nachzudenken an das erste Mal nachzudenken oder nachzudenken. Gut. Die Frage nehmen, was ist für ein? Oder für ein? Das is ein Frage. Das ist eine Frage. Und wenn man eine Art von der Analyse überprüftet hat, dann sieht man, was der Analyse 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 der Analyse. Wie die Frage 5. Nummer 5. Das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem. Es gibt eine Frage in der Karte. Und ich weiß, dass ich die Karte weiß. Das ist die Frage. Ich werde die Frage über die Frage über die Frage über die Frage. Die Frage ist sicher. Aber nachdem ich die Frage sehe, und dann wieder zurück zum nächsten Mal, und dann wiederholen wir uns auf den Weg zu haben, und dann werden wir uns auf den Weg bringen. Wir werden Ihnen ein paar Minuten überprüfen, und wir werden uns überprüfen, und wir werden uns überprüfen. Wir werden uns überprüfen, wie die Text 4. Entschuldigung? Und wenn du sie überprüfen hast, dann ist das E-mail. E-mail gibt es jemand, der sich überprüfen hat. die ich. Und der andere ist einfach nur die E-mail. Die ist die Leila. Die Leila ist nicht möglich. Die Leila ist einfach nur. Aber wer ist die Frage? Oder wer ist die Frage? Das ist die Frage. Das ist die erste Sache. Und wenn du auch die Frage hast, hast du auch gesagt, die Frage an den Namen, die Frage an den Namen, Also sagen wir über die Werte. Für alle, und bei allem. Und zum Beispiel für einen Schzlichen. dann aus der Reise von den Menschen. Dann sagen wir über eine Frage. Dann aus der Wahrheit, wenn du sie kalt bist? wird es bis zum Abende? Befordert es, dass du die Machen nachdenkst. Also dass du es schon eine Frage ins!", hat es, sich zu dem K一test herbracht. Bis zum Beispiel, Das ist eine Schriftlichke. Du bist auf die Schriftlichke. Du bist auf die Hedet? Was ist die Hedet? Das muss ich anfangen. Ich habe die Frage gemacht. Ich werde das Thema anfangen. Ich werde das Thema anfangen. Die Frage zu 1-6. Alles klar. Ich glaube, das war es zu Ende. Wir kommen zu einem anderen Punkt. Aber wir haben das Thema. Wir haben das Thema. Also wenn ich die Najaie des Nase kann, ich werde den ersten Punkt auf verschieben. Ich hab ein Iber geschrieben. Ich habe eine Rekhöhung geöffnet. 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 Und ich habe eine Rekhöhung geöffnet. Die Rekhöhung von der Rekhöhung geöffnet wurde. Und die Rekhöhung mit dem Platz beginnt. Das ist einfach so, dass sie in dem Platz leben können. Okay? Zum Schluss, das erste Punkt ist, dass die Rekhöhung ist. B Refer Fragunagla Ich bin sicher, dass wir uns sehr gut machen können. Und wie wir uns mit dem anderen zu machen, können wir uns mit dem anderen zu machen? Ich liebe die Frage, wie Herr Yasser, der hat gesagt, dass die Frage, die Frage, die man vielleicht etwas zu machen hat, aber sie haben nicht zu fragen. Das ist nicht zu fragen, dass sie nicht zu fragen. Wie Herr Yasser, der hat gesagt, wir schauen, dass wir uns zu fragen, dass wir uns zu fragen haben. was ich sage, wenn ihr ein Kiefer vergesst, ist es so ein Kiefer lang. Wenn ihr einen Kiefer vergesst, dann sehen wir die zweite Frage. Aber das ist sie aber nicht, dass sie sich das Wort hat. Aber sie können Sie sich über die Frage stellen. Ich fahre zu fragen. Die Antwort auf meiner Meinung nach. Wie war die Leila? Die Zabina? Die Bitina? wie Hermann Riaser sagte, der erste Sode wird mit dem Einzeichen fragen über die Wschée-Toot und der VerkBLEM. Das muss adequiert werden im Zusammenhang nicht auf die Wschée-Toot ist. Das ist dann auf die Wschte, die uns auf die Wschter ukriegen. Das ist dann in der Wschterissions-Toot. Das ist eine Frage, wenn ich nach München gefahren bin. Ich war mit meiner Freundin mit Bettina. Das war die Frage. Das war sehr gut. Sie fährt nach München. Ich bin der Nummer D. Danke, Frau Nagel. Das ist das, was ich? Ich habe einen Punkt. Global ist, muss ich sagen, dass alle Menschen alle verstehen, wie es geht. Aber die zweite Frage ist, dass ich mit Bettina mit Bettina bin. Ich bin der Nummer D. Ich bin der Nummer D. Ich bin mit Bettina mit Bettina. Das ist das, was ich mit Bettina bin. Das ist das, was ich mit Bettina bin. Das ist das, was ich mit Bettina bin. Nummer Drei. Wo sind sie umgestiegen? Natürlich, wir wissen, dass ein gestiegen ist, wird in die Maslacht gewonnen. Ausgestiegen ist, wird in die Maslacht gewonnen. Aber umgestiegen ist, dass sie die Maslacht gewonnen haben. So in der Nutzung, sie werden die Maslacht gewonnen. Wo wird die Maslacht gewonnen? Wenn wir zum Nutzung kommen, wird es sicher sehen, dass sie die Maslacht gewonnen haben. Die Maslacht gewonnen. Die Maslacht gewonnen, in der Nutzung, wird in die Maslacht gewonnen. Sehr gut, und zwar. Es ist die Frage. Mit ihr? Frau Nagleak. Frau Nagleak mit ihr? Entschuldigung. Sie fragen uns über die Zeit, Sie dort bleiben? Wir fragen uns über die Zeit, die sie hier stehen. Wir kommen zum Beispiel an der Zeit. In der Zeit, er arbeitet immer an, dass Sie sich behaupten, die Zeit in den Erkamen und den Schrauben. Wir werden von der ersten zwei. Die Unterkunft für sieben Tage reserviert. Die Unterkunft für sieben Tage. Die Unterkunft für sieben oder sieben. ZB2. 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 Das ist ein Buchweb. Das ist ein Buchweb. Und das ist ein Buchweb. Das muss man sich an den Kopf an der Natsen. Der Natsen ist eine emmerung. Das ist eine aufgrund der Natsen. Das heißt, die Fähne ist das eine Entzende. oder was er hat er? Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil von König Ludwig. Wir haben hier gesehen. Wir haben hier gesehen. Das ist der Nachteil von Ludwig. Das ist der Nachteil. Das ist sicherlich. Wenn wir hierher kommen, zur Nachteilung, wird es sein, Herr Gizem. Das ist die, der Nachteilung ist der Nachteil. Aber das ist die, also die Nachteilung. Das ist die Nachteilung, aber er hat er. Der Nachteil doen ist die Nachteilung, dass man hierher die Nachteilung, der Nachteilung von König Leibisch zu tun. Das ist die Nachteilung. Und das ist sicherlich, das ist die Nachteilung. Der Fall ist wie der Fall. Ich weiß, dass er genau wie das. Also wie das Fall ist. Nummer 6. Und auch ein Frage ist, was ich sicherlich hat, hat die Frage gesagt. Das Fählen die Wort in Text heißt. Das Fählen die Wort in Text heißt. Das Fählen die Wort in Text heißt. Das Fählen die Wort ist eine Sprache. Die Sprache ist eine Sprache. Das ist eine Sprache, die Sprache ist. Und er hat sich eine Sprache. Sie hat eine Sprache gemacht. Sie hat einfach nur die Sprache gemacht. Ich komme nach dem Zeitpunkt hin zu sprechen. Wir lesen. Wir lesen. Diener. Ich bin hier. Um 19 Uhr unsere Freundin. Die sind die Zabina bezugt. Dann haben wir uns sohleitete Zabina. Wir sind 19. Wir haben uns mit 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 19. Wir haben uns die Zabina. Wir haben sie 7. Sie haben uns zu sehen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wir haben uns ein Problem. Das ist ein gut. Wir haben uns. Wir sind gut. Wir wissen das immeratters. Kl Rash riot W�� Ja. Keith. Wir haben uns zu einer Schwestern have an edition of die Zabina, wie die Zabina zusammen ist. Das ist eine weitere Schraub. Das ist eine weitere Schraub. Und dann wird es nicht mehr so machen. Wir werden in der Karte ein anderes Mal vertreten. Karte ist eine andere und auch E-mail. Wer hat er? Max. Der Karte ist der Karte. Das heißt, der Karte ist das Karte. Okay? Wir machen das Karte, oder der Karte? Das Karte ist der Karte. Wir machen die Karte. Das Karte ist der Karte. Der Karte ist der Karte. Das sind die Angen. Wollt man den ersten C-A-S-T-A-N, sollte man über alle die KC-A-S-T-A-S-T-A-N oder um einen Nr.A-S-T-A-S-T-A-S-T. Steiniere. Und wenn wir, beispielsweise, dazu kommen, 12 über das Wort, eine Art von 11, dann will ich dir das Wort geben. Und dann ist es, was ich? Oder was ich mit 12? Dann ist es, das Wort, dass ich den Namen meiner Antworten habe, an den Namen der Antworten. Ich komme zum Beispiel an den Text oder den Kontext. Wir gehen an die Kopie und geben euch 5 Sekunden an. Und dann beklage die Frage. Dann nehmen wir das Wort. Und dann den Kind. Und der Kind. Und wenn man über Max fragt, wie ist er? Er sagt er, dass er in die Frage ist. Und Max weiß, was er macht. Aber wir lernen, und wir antworten. Das ist wie wir. Die Erklärung wird über die Ausmache, über die Ausmache, über die Ausmache, Oder die Zahl. Und die Zahl. Denn das ist ein Ziel für die Frage. Woher? Was? Was? Das alles wird mir nachdem. Oder die Frage. Wir müssen uns auf die Frage stellen. Und es gibt auch eine Frage. Wir wissen sie gut. Okay? Wir werden das Ganze zurück. Wir kommen zum nächsten Mal. Das ist nicht so, ich habe einen Anwalt. Ich habe einen Anwalt. Okay? Für die Art Nuss, ist er, was er mit dem Thru-Links? Das ist der Tags-Rabbing. Das ist der Tags-Rabbing. Ich habe nicht gesagt, es gab einen Motor. Ich weiß, dass der Tags-Rabbing ist. Der Tags-Rabbing ist. Was er mit dem Motor ist? Wie ist er mit dem Motor? Ich brauche einen Motor. Das ist der Tags-Rabbing. Ich brauche einerad condition. Das ist der Tags-Rabbing. Der Tags-Rabbing ist sicherlich, zum Beispiel der Tags-Rabbing in etwas Ultimates. Das ist wahr, was das ganze Wort? Ich weiß, dass der Tags-Rabbing sagt. Luna ist okay. green enности, also Quem ist da? der Tags-Rabbing für die Person Coleman. Die Tags-Rabbing an интерес? Was ist das? Ein Buch, der Kettbewerb. Wenn der Kettbewerb ein Witz war, dass der Kettbewerb ein Witz war, dass der Kettbewerb ein Witz war? Wahrscheinlich, dass er diese Frage an. Und er sagt, dass er nicht in Hamburg ist. Das ist nicht möglich. Das war, wenn man nach Hamburg hat, hatte er eine Probleme. Was ist? Er war, dass er sich die Hübschel und erzielt, aber was passiert? Nein, es gab einen Witz. Und der Kettbewerb war. Und die Gansetzeit, wie Sie sehen, hier in der 4. Die Geregnet. So, was das passiert? Das ist wichtig. Bein East to Hause geblieben. Ich bin in den Bein. Was macht ihr? Ich habe viel Eberhamburg-Gleisen. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich über die Hamburg habe. Aber ich kenne viel über die Hamburg und die Hamburg haben. Ich glaube, dass die Fahnen, Und wenn man die Nase befindet, dann kann man die Antwort auf die Antwort auf C. Das ist wirklich, dass die Buchstaben möglich sein können in den Tags-Sagg. Das hat die Riechle zu machen, dass er nicht mehr überwinden kann, weil er nicht mehr überwinden kann, weil er nicht mehr überwinden kann, weil er nicht mehr überwinden kann, was ich sehen kann. Das ist der erste Frage. Und wie Sie sehen, wir versuchen, zu verstehen, wie wir uns das machen können. Also, du kannst du das auch mit dem Angriff auf den Wegwerfen herausfinden, du kannst du auch mit dem Angriffen der Angriffen. Du kannst du auch mit Beacon name kennen, du kannst du auch auf die Waffe sagen. Du kannst das Angriffen auf den Angriffen und dein Angriffen auswählen. Du kannst es mit mir vorstellen, weil du es so einfach hier und wie ich sie benutze. Also, wenn du es in Angriffen hast, dann kannst du die Angriffen anwählen. Es gibt eine Anfrage nach dem Angriffen. und das ist ein Selektiv. Und auch wenn wir uns sagen, wie wir uns in Hamburg machen wollen. Wie lange war Max in Hamburg? Wie lange war Max in Hamburg? Wenn wir zurückkommen, werden wir den Tagest finden, die Strasse der 4.0 von unten finden. Okay. Ich versuche, dass wir den ersten Wissen haben, was wir mit dem Motivation, was wir mit dem Motivation, was wir mit dem Motivation und die Strasse der 4.0 von unten finden. Zwei Tagen in Hamburg war es bewölkt. Yani, في اليومين اللي أنا قضيتهم في Hamburg كانت جاوه ملبت بالغيوم. Und hat die ganze Zeit geregt. Und wo mattart. Yiba, هو قاعد قدئت Zwei Tagen. طب, نشوف بقى في الاختيارات اللي عندنا. Vier 10 Stunden, Stunden, اللي هي ساعة. Vier 10 14 ساعة, يومين? لا. Zieb 10 Tage, 17 يوم? ولا دغاية Tage, ولا 8 und 40 Stunden. اليوم 24 ساعة. فا يبقى 2 Tage, 48 Stunden. Danki, Frau Nagla. وده اللي احنا بنقع عليه. مش شرط تلاقي كلمة 2 Tage. لكن انت فاهم. ان اليوم في 24 ساعة. فلما يقول يومين. هي هي بالضبط. 48 Stunden. تمام? وده يوصلنا للسؤال اللي بعديه. اللي هو نومة 9. وو إذا تسوق ناخ برلين أبجي فارن؟ فين؟ أقلع القطار اللي رايح لبرلين. طبعاً القطار بتاع برلين أقلع فين؟ لو رجعتوا كده للنص برضو. هتفهموا إنه هو القطر اللي رايح برلين. أقلع فين؟ أقلع مصر في فرانكفورت. في فرانكفورت يقلع القطار اللي رايح لبرلين. تمام؟ واضحة. وده اللي خلاني أقول إن فرانكفورت. تمام؟ طيب. ده كان إجابة السؤال اللي هو بتاع وو إست در تسوق ناخ برلين أبجي فارن؟ فين؟ إن فرانكفورت. كيف؟ نوصل لسؤال اللي بعد كده. وأكيد شايفين؟ أكيد شايفين. بي قولي بو إست در تسوق ناخ برلين أبجي فارن؟ طبعاً لو رجعنا للنص، هو في النص آيل إن هو على رصيف خمسة أو شايفين كده كويس؟ أو غلايس ثنف. ليه؟ لأن مفترض إن هو هيرجع تاني للمدينة اللي جي منها. المدينة اللي جي منها لو حد شايف كده بيقول يعني هو ساكن فين؟ في برلين. فبعد ما خلص رحلته في هامبورغ، أكيد يرجع لفين؟ لبرلين. طب القطر أقلع منين؟ أكيد شايفين في السطر الثاني من تحت على رصيف الخامس. وده اللي خلانا نختار هنا. وأكيد شايفين السؤال نمار نوين. وده يوصلنا لفراج نمار سنف. في رحلة العودة إحنا هنشوف في الكطة هو ماكس تأخر قد إيه؟ بعد ما واقف على الرصيف رقم خمسة زي ما هي رياسر قال واخد القطرة عشان يرجع لبرلين. تمام، يبقى تأخر قد إيه نرجع نشوف كده؟ أكيد شايفين تأخر. سطر الثاني من تحت كتبها صريحة وواضحة تأخر 15 دقائق. نشوف بقى هر ياسر جابها لنا ازاي في الامتحان؟ تمام. مكتوبة مباشرة مكتوب كعينة ما فيش أي تأخير ومكتوب فون في تسيش منوتن لازم نكون حافظين الأعداد كويس اللي هي خمسين دقيقة فون في منوتن خمس دقائق أين فير تلشتونده؟ يا رياسر جابها بطريقة مختلفة فير تلشتونده ربع ساعة لازم أخلي بالي من الاختصارات ديت أين فير تلشتونده؟ يعني ربع ساعة اللي هي خمسة عشر دقائق تمام. شكرا مفرونة جلاء وده يوصلنا للسؤال حداشر وفيه بيقول لي إن كلمة 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 لها مرادف وأكيد شفتوها في النصحات التحتيها خط دي أكيد شايفينها في السطر الثالث من تحت وعايزني أقول المرادف ده طبعا اللي دارس الكتاب كويس عارف إن كلمة زون آبند بيكون مرادف ليوم السبت اللي هو زامستاج وفي الأخص بيكون في هامبورغ يعرفوا إن زون آبند اللي هو السبت شانكي لما يقول لزون آبند أفهم إن هي هتساوي إيه؟ جناو زامستاج يبقى زون آبند هي زامستاج وده مرادف لكلمة زون آبند نوصل لآخر سؤال في القطعة التانية وفرونا جلاء داس فالند فارد امتاكست هايست اللي هي السؤال اللي هي رياسر قال مستحدث شفناه جديد الكلمة النقصة في القطعة نرجع للكطعة تاني كانت هي ونقرأ الجملة اللي قبلها أو نقرأها من أول الجملة ميت ديزر فارد هاتي إيش أين فخ كاين ميت ديزر فارد مع الرحلة ديت أو بالرحلة ديت كان عندي ببساطة ونقرأ الاختيارات اللي هو جايبها لنا كاين يعني ما كانش عندي ما كانش عندي إيه؟ جل ما كانش معي فلوس لا ده 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 فعلت تذاكر وكل حاجة تمام جلوب حز ولا تاكسي ولا بوخ كان مع كتاب وتاكسي ما فيش مشكلة عنده هو ما كانش عنده حز لأنه قعد طول الفترة في البيت والتاكسي كان سيء واضطر أنه يقرأ عن المعالم السياحية وما يشوفهاش فهي B تمام وده اللي فهم النص يعني مش هقدر أختار أي حاجة بشكل عشوائي لازم الكنتكست لأنه ممكن في مرة تانية يكون ما كانش معه فلوس في مرة تانية في قطعة أخرى يكون ما كانش معه كتاب عشان كده ببقى عارف أنه هو فعلا من السياق قعد في البيت وكان فيه مطرة هو كان فرو يتفسح فيبقى التالي ما عندهش حظ كاينج لك ده أعتقد تدريب كويس وإن شاء الله يكون مفيد لكن إحنا مش هنقف عند القطعة بس النهاردة جاب لكم سؤال تاني وأكيد إن شاء الله يكون كويس ونتدرب عليه إيه السؤال التاني؟ جراماتيك والجراماتيك أكيد شوفتم ممكن يجي في الجملة الوحدة فراغ واحد أو فراغين إحنا حاولنا نكون لأسئلة بالشكل اللي هو أول مرة نشوفه أو ما شفناهوش كتير اللي هو اختيارين في الجملة أو فراغين زي الواحد بيحل سؤال زي ده ألف بيحل إختيارك الأولاني أو الثاني لازم تكون متأكد منه لازم إن الاختيار الأولاني أو الثاني يكون متأكد باختاره ليه؟ طيب حصل إن أنا متأكد من اختياره ما فيش غيره خلاص يبقى هو ده صح حتى الاختيار الثاني هيكون مناسب للمعنى طيب لو اخترت الاختيار الأولاني وطلع فيه اتنين متشابهين بنفس الاختيار أكيد شايفين مثلا في أول جملة في عندي بي وعندي سي بي وتسي أكيد شايفينهم قال متديم وقال متديم طيب اختيار صح ممكن أقول متديم بوس وممكن تحت برضه أقول متديم بوس لكن لا يحدد لي إذا كان بي أو تسي صح وجود الكلمة التانية أو الفراغ التانية عشان كيرا اللي بيختار مش يبص على حاجة واحدة بس لازم يبص على الحاكتين أو الفراغين اه اختيار أولاني صح خلاني أستبعد A ليدين وأستبعد ديم ليه لأن فارن أكيد بيجي معه البروبوزيتيون مت يسافر بواسطة فأنا بختار متديم على اعتبار النبوز دير متديم أوكي طب أنا واحدة B ولا C لما كمل قرية الجملة هلاقي إن موجود عندي الفعل ومش موجود معه أي حرف جر اللي هو مت مثلا بواسطة طب إيه اللي بيحل محل بواسطة أكيد فاكرين الفعل النيمن بس الفرق مت بتاخد داطيف ونيمن اكوزاتيف عشان كده اللي هيختار أول سؤال أكيد هيختار نمرة تسين مت ديم بوس وطبعا إثنين ليبا دي أوبان أوكي يبقى الاختيارين لازم يكونوا صح ما ينفعش حاجة صح والتانية غلط حدد اختيارك عشان تحدد أنه اتنين ينفعه طلع فيه اتنين ينفعه بص بقى الاختيار الثاني المعنى أو الاستخدام هنحل سؤال 14 اللي هو أنه ما فيها تسين مت فراونجلاء وتقول لنا برضو زي نحل امت هيا لي يا رياسر ممكن هما يبقى معاهم ورقة مسودة أنه هما يكتبوا فيها مثلا أنهما زي ما حضرينك قلت فكروا في الجملة في الجزء الأولاني فكتبوا مت ديم فخلاص هما ثبتوا ده ويراب فكروا في الجزء الثاني عشان ما في النص ما يسرحوش تمام يا فراونجلاء فكرة كويسة طبعا عشان انت لازم تفكر كويس توصل لإجابة كويسة طبعا لازم تقع فيه نظام أو طريقة تحل بيه في في القوستات منتل إمبلاو إجفايس نقاط نشت في في القوستات كام يتكلف منتل إمبلاو البلطو باللون الأزرق حلو قوي قوستا فعلا ما بياخدش أكوزاتيف ولا ضطيف فمنتل هتفضل أدتها الأصلية اللي هي دير يبقى عندي بي وعندي دي الاتنين دير جميل هنكتبها فور على جم وخلاص يبقى احنا سبتنا جزئية الأولانية في في القوستات دير مانتل إمبلاو إجفايس نيشت إجفايس نيشت ده تعبير انتو أغدين من أول سنة أولى اللي هيكت فيه صورة لأينشتاين وبيقولك فيرس داس فاحنا بنقول إجفايس اس نيشت لا أعرف هذا يبقى الاختيار هيبقى نمر دير دير واس إجفايس اس نيشت جي ناو فراونجلاء وكمان لازم تاخد بالك من حاجة ان المانتل ده مسكولين مذكر إزاي المسكولين أعوض عنه بزي مستحيل يتعوض بإير لو فاعل أو إين لو ما فاعل فإيه اللي هي بي سؤال بي ده كمستبعد نتختاره لكن فراونجلاء فكرتنا بالتعبيرات وفكرتكم بتعبير لا أعرف إيش فايس اس نيشت لأن ده إجابة منطقية بكامل الحاجة دي ممكن ماكنش عارف إيش فايس اس نيشت ده وصلنا لسؤال خمستاشر وبرد نفس الفكر يقول وان فار در ناكس تسوق نقط مونسن اب طبعاً أكيد هي سافر إلى مونسن إلا في اتنين موجودين ناخ مونسن يأيما بي يأيما تسي طب إلا هي حدد لك أكيد اللي اختيار التان فأنا عارف كويس إن السؤال وان وان مش بجاوب بزيط زيط سؤالها يأيما زايد وان يأيما بي لانج فلا يختار أكيد يختار ريشتش إن أكيد فاكرين فان إن اللي هو بعد عشر دقائق أو في خلال عشر دقائق نمازيش التسين فراو نجلا أوكي إن هامبرغ نقاط هبة جار أين شتاة توند فارت ماخن جميل عندي ماخن انفينيتيف مصدر في آخر الجملة يبقى أنا محتاجة فرب من اللي بيجيب انفينيتيف في الاختيارات اللي عندي عندي ينفع موشتة وينفع فيل جميل وبنرقح أكتر بكلمة جار يعني بترجح أكتر مشتن جميل الاختيار التاني بقى اللي هيحدد لي هاختار فيل أو مشتة نقاط 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 زي است تصوم أرستن مع الدورت جميل هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي هي عاوزة تسافر نفسها تسافر أو تعمل جولة بالسيارة لأنه دي أول مرة في المكان ده اللي هو فين؟ في هامبرغ جميل هنقول هي مشتة يبقى هامبرغ مشتة هابا جارن عينشتوتران روندفار ماخن دن زي است تصوم أرستن مع الدورت أول مرة تروح للمكان ونفسها تعمل جولة وتتفرغ على كل الأمكان تمام أكيد شايفين ما كانش ينفع أقول أودر أودر ده بتخيرني بنحاكتين وهنا ما فيش اختيار إزاي أخطر أودر لكن هنا في سبب سابن هي أول مرة بتكون في المكان ده فأكيد تبقى حابة تعمل جولة فيه تتعرف عليه نوصل كده لأسئلة تانية وإن شاء الله تكون قريسة لما زي بتسين بيقول لي بس هبتقى الانفوخن عند جمعت افتكر السؤال ماضي لازم تجاوب ماضي فاختياري الصح لازم يكون ماضي الماضي أكيد شايفين بارن وهتن بس أشوف عندي كان بيزوغ زيارة زيارة أكيد عنده يملك وده اللي خلاني أرجح هاتن بس ما ينفعش أكون بادئ ماضي وارجع مضارع تاني من غير سبب لأن الجملة واحدة إيه الجملة واحدة؟ إحنا كان عندنا زيارة يبقى هاتن طيب لما أجأ أكمل وأقول أختي واندي ايه منزوجها برضو كان إيه؟ آه كان هناك عشان كده اللي بيفهم وبيعرف أن السؤال الماضي لازم تكون الإجابتين ويتم بيغرفتهم الماضي ويصدقوا الماضي ووضعوا بين أختي وزوجها كانوا فيه هناك أو معنا هناك أختي أختي وبيعرفني ويحصل بمعنة ليس لدينا وقت كثير للهوايات وطبعا عنده وقت كثير للهوايات ممكن يعمل أي هوايات و بالأخص أخذ بالي أن كنت مفرد Das ist ein Forder. Und den Zingular mit Forder? Oder ein Forder? Das ist sicherlich. Was ich wähle? Oder ich bin? Oder ich bin? Das ist der Fall. Das ist sicherlich. Und natürlich. Ich habe das Wort. Was ich wähle? Was ich wähle? Ich habe die Leber im Fußball. Sie sind die Frau, die Sie lieben, die Kupen der Drogate. Aber ich habe keine Leber im Fußball. Das ist die Leber im Fußball. Das ist die Leber im Fußball. Aber, aber, das ist die Frage. Wir haben die Nummer 19. Und sie sagen uns, hier ist kein Leiter. Keine mitkommen. Keine mit dem Film und das. Und hier möchte ich sagen, dass wir den Film haben. Das ist das Thema. Es kann dasUM oder dasUM. Aber es kann nicht nur ein Bildern. Es kann nicht nur ein Bildern. Wenn man ein Bildern hat, die Feminenin und die Mühle ist, Neutron, wird es sicherlich ein Bildern. Aber die Frage ist, was A oder B? Das wird die Verkaufnahme für die TKM. Was ist das? Nein, das kann nicht nur ein Bildern. Das heißt, B wird das Bildern. Weil das Bildern von Mose wird mit dem Bildern. Das ist eine Art Nr. und 2. Mein Onkel geht jetzt. Er will sein, oder wenn es hier ist. Es gibt eine Art Nr. Entachwund. Es gibt eine Art Nr. für die Welt der Länder. Er weiß nicht viel, Aber es gibt zwei zwei. B und C. Der Foto ist der Nähnein oder der Nähnein. Ein oder der Nähnein? Ein in der Nähnein? Ein in der Nähnein? Das ist der Nähnein. Wie ist der Nähnein? Oder in der Nähnein? Ja, in der Nähnein oder in der Nähnein? Er ist der Nähnein. Das ist sicherlich. Er ist nichts mehr. Er ist in ein in der Nähnein. Er ist ein wunderbarer. Das ist zwar vieles, aber er wird auf die Nähnein. In der Nähnein? Ja, der Nähnein oder Nähnein. Er sagt die Nähnein die Nähnein. Er sagt die Nähnein. Er wird sicherlich der Nähneinig novel sein. Denn es ist der Nähnein. Natürlich benutzt die Nähnein mit der Nähnein. Ab foreign. Und auch mit Ab fliegen. Wie soll ich sagen, wenn ich die Nummer A gesagt habe? Ab? Oder ich sage die Nummer D fliegen ab? Das ist sicherlich. Das ist sicherlich. In der Endeffekt, ich sage mir Abgeben. Das ist ein Minder. Und das ist ein Minder. Soll ich die Nummer A? Oder das Nummer D? Muss mit Umlaut? Oder muss mit Umlaut? Oder muss mit Umlaut sein? Kann ich sagen, dass das eine Nummer A gesagt hat? Ich sage, dass das Nr. Das ist sicherlich. Dann schweigt das eine Nummer A. Das ist das Bruder. Das Bruder ist das Masculine. Das ist das Masculine. Das Masculine. Die Masculine. Die Masculine. Das ist die F-A-N. Das ist der Schlecht. Die Masculine. Das ist das Bruder. Das ist die Dain. Ich rede, was ich sage das An. Das ist die Dain. F-A-K-E-D-A-N Die Nummer 10 bekannte. Die Nummer Nummer 10 bekannte, die Nummer 10 bekannte. Das ist's U. Wenn der Nummer 10 bekannte, Und wenn ich es nicht profitieren will ich, oder das? Es ist nicht profitieren, dass ich es einen beginning Oktober ein. Ich schaufe die Nr. 3. Die Nr. 3 ist der Nr. 3. Es ist nicht so gut. Das ist bei uns im letzten Jahr. Was ist es für eine Nr. 4? Es ist ein Teil der Nr. 4? Nein, das ist er für eine Nr. 4. Das ist der Nr. 4. Es ist ein Teil der Nr. 5. § 5. Wenn ich es nicht so gut verletzei? Was ich in das Säge? Ich will es auf den Nr. 5. Wo ist es? was soll accessibility sein. Was für die Basis gerade erreicht? Was für die Basis über das Gefl jeito war? Das ist der Aussage, was er nicht dass der Aussage nicht. Den Aussage braucht jemandem nicht zu erfahren und erledet sich auf die Basis. Die Basis über die Basis war. Zu dem Ausliten. Ein Beispiel für die Grammar. Ich denke, sie sehen uns auch die Kinder. Kinder und ich denke, sie hören sie, sie werden und es stimmt한 was sie wissen. Die Frage ist der zweite Teil. Also, es gibt eine Reimt oder eine Schnauze. So, ob Sie sich Reimt oder Schnauze? Ich schnauze. Die Steat. Die Steat. Sie sagen, ihr ist die Kinder. Warum? Reimt. Reimt. Was sie auf die Kinder? Was sie auf die Kinder oder die Kinder? Die Kinder wissen, was sie gut ist? Und die Kinder sagen, ihr gehört ihr. Sie sagen, ihr könnt ihr. Entum, und das die der Nachteil zu sagen. Und das ist der andere, Oire. Also der Einzelnein ist nicht ein Allgemeier. Ist das Bericht auf dem Allgemeier. Aber das ist der Einzelnein, was die Frage, wie ist der Tsymar? Was war ein Oire? Ja, ihr Geben, ihr seid ihr beim Wohnein. Sie ist beim Wohnein. Sie ist das Wohnein. Wohnein. Dies ist Wohnein. 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 Das ist das, was ich sage. Das ist das, was ich sage. Wir kommen zu einem anderen, und in der Tat, wird es gut sein. Von 25. bis 28. Wir machen das ein Schrein-Shot. Das ist wichtig. Wie geht es um die Frage? Aber wir brauchen uns zu einem anderen Punkt. Was ist das andere? Das ist das andere Punkt. Das ist die Frage. Die Frau möchte einige Lebensmittel kaufen. Sie ist 80 Jahre alt und kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Sie sind ein Hinweis an der Frage, dass Sie ein Fahrrad nehmen können. Sie können die Fahrrad nehmen und diese Fähigkeiten nicht mehr aus der Straße machen. Sie können die Fahrrad nehmen, aber die Fahrrad nehmen, das sind die Fahrrad. Sie werden die Fahrrad nehmen und die Fahrrad nehmen. Die Fahrrad nehmen die Fahrrad nach. Nummer 30, hier sehen Sie. Sie sagen, Petra möchte an Ihrem 18. Geburtstag eine große Partie mit Musik zu Hause machen. Sie wollen mit der Haftung der Eid-Milad? Die wichtigste Sprache mit Musik in Masjika, also in Masjika. Und die wichtigste Sprache mit der Haftung der Eid-Milad? Zu Hause, in der Wohnung. Sie wollen mit der Eid-Milad? In der Wohnung. Und die Eid-Milad in Masjika. Die Eid-Milad in Masjika. Für die Eid-Milad in Masjika ist ein Versuch der Azumat. Er stellt sich die Eid-Milad auf auf dem Gesang. Sie wollen mit der Eid-Milad weg. Sie wollen die Eid-Milad in Masjika nicht auf demASj Deskunde ein. Also müssen Sie in Masjika an damit ein Schüslin machen. Sie haben das wieder gefertigt. Sie wollen ja eine Eid-Milad in Masjika nicht in der Eid-Milad. Das ist Ihr Mercil? Ich sage Ihnen nun nicht an Eid-Milad. Die Eid-Milad in Masjika ist alle Eid-Milad in Masjika. Mit dem dem Abbild auf dem Abbild. Je Clint Howard, wurde er mit einer Zeit aufanzukommen. Das ist er und der Abbilder hat sie verarbeitet vor der Abbilder. Wie gibt er die G-Mobil-Disk. Wie gibt es gibt Abbilder, diese Abbilder hat sich hier in den Abbilder, weil ihr eine Abbilder hat. In der Abbilder ist eine Abbilder. Und das ist alles im Abbilder. Das ist die Abbilder, deshalb geht's dir zu überlegen. Das ist ein Abbilder, an die Art von Abbildern. Du bist eine Art Klasse zu tun. Aber wie hast du noch gemacht, was du jetzt auf die Abs challenge hast? Hier sehen Sie. 31, Leia 31. Sie sehen sich zwischen Anja und Helga und Helga. Sie sehen sich nicht. Das heißt, das bedeutet nicht. Die Hose, die hier in der Pantolol, ist toll. Sie erinnert sie. Helga sagt sie, sie ist super. Sie erinnert sie. Die Farbe gefällt mir sehr. Die Hose ist nicht. Sie wissen, was sie ist? Sie ist ein Helga? Sie sagen sie, sie sind nicht. Sie wissen, was ich nehmen? Das ist nicht der Pantolol. Das ist nicht der Pantolol. Sie sehen Sie das? Sie wissen, wie sie das Helga sind? Nein. Sie haben sie nicht. Die Farbe gefällt mir nicht. Die Hose nicht? Sie ist nicht der Pantolol. Das ist der Pantolol. Sie sehen Sie, was erinnert sie? Ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Wie kann ich das? Also, er braucht eine Nutzung. Okay? Ich bin sicher, dass er die Hörmöller ist, dass er das ist. Er ist der Nutzung. 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 Das ist der Nutzung. Er ist der Nutzung. Er will er, was er an, oder? Er ist der Nutzung. Er ist der Nutzung SUR Deputy. Er ist der Nutzung. Er ist der Nutzung. Er propri character. Nutzung zwei Er Soldier ist Blzugein. Er Tách ist ein Wadud. Wadud, ich prühte immer. Drei. Ich hätte es verarken, bedroom! resurrectionmm? sabes функ Idedır? Das ist das Problem. Wenn man hierher geht, kann man hier sein, Freundlich, Wadwod. Wir machen es und sehen die vierte. Er sagt, meine Brille ist die ganz neu. Die Nachteile ist die ganz neu. Das ist klar, wenn man hierher hat, dann will man eine Gedeile. Das ist das Problem. Wenn man hierher geht, ist Freundlich. Freundlich ist das Wadwod. Das ist das Wadwod. Das ist das Wadwod. Artikel 3, Number 3. Es gibt einen Reichter. Geschw cocky! Ist das sehr schön! Das ist eine Reichterung. Es gibt einen Reichterung. Nummer 10. Nummer zwei, die ist wirklich ein Pickenik Vitter. Das ist ein Mناsbem für die Nuzhe oder die Verlust. Aber bei den Akhtiäraten wird es nicht mehr als Wetter. Es wird der Luft im Gehäu und Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu. Oder es wird der Luft im Gehäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu. Und wenn der Luft ist, der Luft ist, dann wird der Luft im Gehäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu. Wir kommen zum 34, und hier sehen Herr Müller. Herr Müller hat eine Taksi nach Alex. Dort hat er eine Wohnung in der Und hier. Und hier hat er eine Schaakke auf dem Bahr. Sehr gut. Was ist das Problem? Was ist das Problem für die Sprache? Das Problem ist, dass Herr Müller hat keine Wäu-Wäu-Wäu-Wäu-Wäu. Und natürlich, warum er gerade ein Taksi im Eskindri? Was er hat er in der Ar faintest? Okay, der erste Eiweiss war, war er der Verschlein. Soll das Eiweiss nicht helfen? Sie sagen, dass er eine Taksi im Eskindrii hat. Wie ist er ein Taksi im Gehäu-Wäu-Wund? Und die Taksiin sagen, dass er nicht hat. Wie ist er ein Taksi im Gehäu-Wund? Und der zweite Eiweiss war, dass Herr Müller im Gehäu-Wundi hat. Wie ist er ein Taksi im Gehäu-Wund? Einem, ich weiß nicht, was ich bin. Ich fahre mit einem Taxi, nicht mit einem Taxi. Ich habe nicht mit dem Taxi gesagt. Und so habe ich den Akhtyar, der ist, was nicht Arabisch war, und ich fahre mit Taxi. Natürlich, das sind alle Fähigkeiten, aber es gibt auch viele. Von der anderen Seite sehen Sie, von 35 bis 37. Sie sehen Sie, das ist ein sehr guter вопрос. Ihr könnt ihr einen Schreinshot machen. Und ich hoffe, dass wir in der Ausstellung der Ausstellung haben, die Sie beginnen können. Der Vorteil ist, dass der Grammar ist und der Ausstellung der Grammar ist. Es gibt drei Fragen, die ich glaube, gut sind. Nur machen wir einen Schrein-Shot und versuchen, die wir in den Chatzeilen. Und wir versuchen, wir lernen, und wir lernen, dass die Frage ist. Es geht nicht darum, dass man nicht darüber nachdenkt, was man mit dem Motiv betrachtet, weil man nicht versteht, dass die Menschen fliehen können. Okay? Beispielsweise, der Motiv 35. Herr Wagner ist eine Woche als Tourist in München. Herr Wagner ist eine Sache für die Menschen. Er möchte die Stadt mit dem Fahrrad besichtigen und möchte die Medina schädigen. Das ist eine Woche von der Abenteuilung. Der Mann ist ein sehr starkes Mann. Er soll sich bezahlen werden. Oder ist er für die Nachbarung der Abenteuilung? Oder soll er sich bezahlen? Nein, aber sicher, dass es ein Kind nicht zu sehen ist. Okay? Wenn Sie diese Frage nachdenken, dann wird es sicher sein. Und wenn Sie diese Frage nachdenken, dann werden Sie diese Frage nachdenken. Sie werden die Frage nachdenken, nachdem Sie die Frage nachdenken. Das sind diese Fragen, und es gibt es auch noch eine andere Frage. Ich glaube, Sie werden die Frage nachdenken. Die Frage nachdenken. Die Frage nachdenken von 38 zu 40. Sie wissen, dass Sie hier wissen, dass wir die Frage nachdenken, und wir sehen, was er ist? Ich habe keine Angst vor dem Gedanken. Ich habe, wie ich sie sagen, kann ich das. Ich nehme ein Beispiel auf das, und in Formen, die 38 zu sehen, ist die Frage nachdenken. Die Frage nachdenken, die Frage nachdenken, die Frage nachdenken, die Frage nachdenken. Wie wird die Frage nachdenken? Wie wird die Frage nachdenken? Ja, und wie wird die Frage nachdenken? Die Frage nachdenken, wie wird die Frage nachdenken? Wie wird die Frage nachdenken? Wie wird die Frage nachdenken, oder ich will das sehen? oder Wenn Sie alle denken? Heimisch so oft, wie, die Frage nachdenken, die Blogsanweisung, Das ist eine Art von Kettbewerfen. Mit jedem Beispiel gibt es eine Art von Kettbewerfen. Ich kann es sehen, wie es funktioniert. Wauw? Das ist das, was wir machen. Wauw? Wir nehmen auch eine Art von Kettbewerfen. Das ist eine Art von Kettbewerfen. Das ist sicherlich. Sie sagen, was Sie sagen? Das ist meine Freundin. Und sie lieben die Musik. Die Leute 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 lieben die Musik. Sie sind eine Art von Kettbewerfen. Sie sind die Musik. Wollt ihr die Musik? Wollt ihr noch eine Art von Kettbewerfen? Um eine Art von Kettbewerfen zu sagen. Das ist eine Art von Kettbewerfen. Das kann ich bei Regen sagen. In der Falle ist die Partie ein Wochenende. Die Zeit wird dann überziehen. Was? Das bedeutet das. Das bedeutet das, was ich zu sagen? Das bedeutet, dass die Zeit mehr so viel zu machen. woher die Befehl über die Befehl hat? Aber hier sind die Befehl wie die Nummer B. Bei Regen in der Übersetzung der Befehl ist ein Wochenende. Ich kann die Befehl auf die Befehl um eine Woche zu übernommen. Eine Woche später ist das ein Wochenende. Ich kann die Befehl auf die Befehl auf ein Wochenende. Aber ich kann das Befehl auf die Befehl auf die Befehl auf die Zeit. Bis zum nächsten Mal. und alle Zeit, die sich verhalten hat, um sich die Frage zu stellen. Aber Sie haben keine Kiebel. Sie haben die Einladung, was ich sicher gemacht hat, wie Sie sich die Frage stellen. Und wie Sie sich mit den Gegrümeren mit dem Kiebeln wegzellten. Aber Sie schauen sich auf einen Kiebel gewissem, aber Sie schauen sich auf einen Kiebel, um sich die erste Kiebel zu stellen. Oder bei dem Kiebeln. Sie können keine Erfahrung machen, weil ich glaube, dass ich sie in Dmaukchen verwende. Ich habe ein paar Beispiele für die Beispiele. Und ich habe einen Beispiele für die Beispiele. Ich habe keine Beispiele für die Beispiele. Die Beispiele sind nur von dem Beispiele und von dem Beispiele zu dem Beispiele. Wenn man die Beispiele ist, kann man die Beispiele zu sehen. Bis zum nächsten Mal.